Musik Benedikt Duda und Marcelo Aguirre stehen am Tisch und das heißt für uns, wir freuen uns auf die Partie zwischen Schwalbeberg-Neustadt und dem SV Werder Bremen. Das Spiel immerhin vor einigen Zuschauern, sind es hinten brav mit Abstand wegen Corona, aber immerhin durfte Berg-Neustadt einige Zuschauer in die Halle lassen und die sorgten auch für ordentlich Stimmung, denn ihr Mann, der legte hier gut vor. Sehr, sehr guter Start von Benedikt Duda gegen Aguirre. Wir sehen es links unten, 2 zu 0 Satzführung und 6 zu 0 im dritten. Also das lief wie geschnitten Brot. Am Ende eine deutliche Ansage. 3 zu 0 und 10 zu 1 bzw. 11 zu 1 im dritten Satz für Benedikt Duda und damit die Führung für Berg-Neustadt. Jetzt Alvaro Robles gegen Matthias Falk. Versucht hier seine kurzen Noppen auf der Vorhand mit dem Schuss durchzubringen. Gucken wir mal hin. Aber der Ball streift die Netzkanse, geht knapp drüber. Hier aber dann kommt die Vorhandpeitsche. Und dann ist es einfach schwer, so einen Ball zurückzubringen. Aber Robles, der machte eine richtig gute Figur gegen Falk. Der Schwede sicher Favorit. Aber Robles, der konnte eben hier befreit aufspielen. Auch wenn der Ball hier daneben geht. Und dann setzt sich Matthias Falk durch. Es verbleiben noch zwei Punkte Vorsprung. Früher war Robles. Robles gab nicht auf. Wir sehen es. Wir sind jetzt im fünften Satz. Und da Robles vorne plötzlich. 9 zu 4. Falk verschlägt die Vorhand. Das schauen wir uns nochmal an. Ball in den Körper reingespielt. Da macht er ein Minischrittchen zu wenig nach links. Ja und dann der lautstarke Schrei von Abba Robles. Favorit gestürzt. Und damit die 2 zu 0 Führung für Bergneustadt. Robles gewinnt hier gegen Matthias Falk. Und jetzt der neue Mann für Bergneustadt. Stefan Fegerl ist aus Ochsenhausen ins Bergische gewechselt. Wahnsinn, Wahnsinn. Und er kann man trotzdem applaudieren. Kirill Gerasimenko. Aus meiner Sicht der beste Ballwechsel des Tages. Zumindest hier in der Burstenhallenweg Neustadt. Sehr stark. Das ist natürlich seine absolute Stärke. Hier auch wieder schön zu sehen. Die Vorhand von Gerasimenko legt den ganzen Körper rein. Taucht da tief ab. Wieder wahnsinnig guter Ballwechsel. Auch hier wieder. Etwas glücklich für den Österreicher. Der noch super geblockt. Gerasimenko legt alles rein. Aber Stefan Fegerl bleibt ganz ruhig da stehen. Und blockt einen nach dem anderen weg. Also hier wirklich wahnsinnig tolle Ballwechsel dabei. Gerasimenko. Dennoch super gespielt von beiden Spielern. Entschuldigt sich Gerasimenko. Aber Stefan Fegerl. Dem kommt es egal sein. Denn der gewann hier letztlich. Den vierten Satz mit 10 zu 8. Und damit holte sich Bergneustadt den 3 zu 0 Heimerfolg gegen Werder Bremen. Ja, wir haben uns einfach sehr gut vorbereitet auf das Spiel. Er wusste, dass es ein schweres Spiel wird. Und ich glaube, der Knackpunkt war einfach, dass Alvaro gegen Matthias Halt gewonnen hat. Es hat uns Rückenwirt gegeben. Und Stefan einfach perfekt verwandelt den Matchball. Und es ist einfach eine gute Vorbereitung jetzt für uns. Und wir sind sehr froh, dass jetzt so klar ausgegangen ist. Ja, es ist ein erwartet schweres Spiel hier gewesen. Wir dachten, dass wir dafür bereit sind, hier so ein schweres Spiel als Eröffnungsspiel zu haben. Aber hier sind wir schwer. Und ja, es ist natürlich nur bitter, dass wir dran kommen.